Das modische Rad dreht sich zurück zu den 90er Jahren, als minimalistischer, schick und auffällige Jeans-Looks die Trends bestimmten. Jetzt erleben diese Stile ein großes Comeback und begeistern erneut auf den Laufstegen und Straßen. 1. Minimalismus der 90er Geprägt von schlichter Eleganz, kehren Basic-Looks mit Bleistiftröcken, Tanktops und geknöpften Blusen in neutralen Farben wie Weiß, Schwarz oder Grau zurück. 2. Nineties-Jeans-Looks Das Jahrzehnt der Denim-Vielfalt zeigt sich in Straight-Leg-Jeans, langen Jeansröcken und den ikonischen Baggy-Jeans, die nun erneut Trendstatus erlangen. 3. Schuh-Comebacks Auch beim Schuhwerk wird auf die 90er gesetzt. Mules, Wedges und flache Oldschool-Sneaker sind die Highlights und runden das Modicomback ab.